Sonst hier eigentlich nix mehr. Diamondspear, Ironspear, Icestep. Ich nehme einfach mal den Electric mit. Kann ich eigentlich auch da wieder was rausnehmen aus dem Goldschwert, mal dumm gefragt. Was ist er, Enchant? Ich kann das nicht wieder runternehmen, sozusagen. Kannst du noch erhöhen. Vanilla. Okay, das weiß ich dann jetzt ja auch. Ach du Scheiße, kriegt man da wenig. Kriegt man da wenig, aber es ist dunkel. Ich möchte aber gerne mit Schuhen gehen, die Väterfall haben. Hm. Hm. Okay, es war wenigstens mal ein bisschen was. Ähm. Mal kriegen jetzt das andere bisschen noch her. Ja. Da unten ist noch Redstone. Wo war denn das? Hier. Hier. Hier ist noch so ein Tier. Ja, jetzt bin ich elf. Sehr gut. Gut. Was ist denn das da? Ja. Weiß ich nicht. Äh, so. Federfall. Und was wollte ich noch? Haltbarkeit. Eins. Ja, drei. Ja, drei. Jawoll. So. Haben wir eine volle Ausrüstung. Ich nehme hier einfach mal zwei Stacks mit, was ich so immer das da ist. Oh, Leute. Vögel zwitschern. Das Feuerzeug, das brauche ich jetzt. Und ich glaube, ich nehme ein Backpack mit. So einer. So. Und dann bin ich mal gespannt, was uns erwartet. Nicht. Ich komme. Ungefähr. Ne. So. Ok. Wow. Es lag. Ein wenig. Was? Warum leckt das so? Okay. Was soll denn das sein? Soll das Soul Sand sein? Tradesoul... Okay. Ich hab keine Ahnung, für was das ist. Oh, hier unten geht's weiter. Nein. rimuse... Holz ... Ich hab echt mit allem gerechnet, aber nicht mit Holz. Oh ... ich höre hier auf jeden fall in gasten das will ich auf jeden fall nicht hören was ist denn das hier so über oder unter uns ich würde mich jetzt einfach mal nach unten denn oft ist es so dass man über dem netto spawnt also so ein bisschen höher halt hier das lava vielleicht müssen wir nach oben müssen schon ziemlich hoch finde ich oder hier ist auf jeden fall mal quatsch ob wir das jetzt auch brauchen keine ahnung so 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 nach dem kleinen cut bin ich auch zurück aber ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher was das mir hier überhaupt anzeigt was soll denn das sein bitte die höhe ist nicht bekannt sieht man hier in dem fragezeichen das ist ein wenig blöd sage ich mal aber wo war es denn das ich habe bloß ich kann es mit einer diamantspizza nicht abbauen hallo jetzt beginnt es aber ach du scheiße aber warum kommt da nix oder sind wir doch was denn das warum kann ich im netto nix abbauen das macht mich im netto nix abbauen das macht mich im netto nix aber ich glaube und so gibt es ja auch nicht müssen wir doch höher ich glaube ich irgendwie nicht ich glaube ich irgendwie nicht ich glaube ich irgendwie nicht also laut meinen vermutungen müssen wir auf jeden fall nach unten auf jeden fall ich kann es euch bloß nicht sagen warum aber mein instinkt treibt mich irgendwie nach unten so so ups habe ich jetzt alles zu viel ok hier 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 besteht der netto nicht nur aus diesem netto dingsbums netto stein sind eigentlich nur aus diesem sand ich sehe doch hier wie ich da was bau was soll denn der kack das wird das so ein kobalterz ich verstehe gerade 0,0 wir sind da drauf effizienz 5 ich habe jetzt kein stimmen ob wir hier weiter nach unten müssen oder wie es hier aussieht um keine ahnung ok 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 ok